Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte... Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Dieser Schatz ist das One Piece. Und er liegt irgendwo auf der Grand Line. Damit brach das große Piratenzeitalter an. Immer den Wolken hinterher. Einer Legende auf der Spur. Führt dein Weg dich übers Meer. Oh, One Piece! One Piece! Finde den größten Schatz der Welt. Du hast hart dafür trainiert. Hier gibt es nichts mehr, das dich hält. Lass dich von den Sternen führen. Deine Freunde werden dich auf diesem Weg begleiten. One Piece! Wende den größten Schatz der Welt. Oh, 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 oh.